Hallo Spieler! Wenn du dieses Video siehst, dann bist du möglicherweise neu auf Roll20 oder fühlst dich einfach noch nicht so ganz sicher und weißt noch nicht, was in deiner ersten oder zweiten Session auf dich zukommt. Der Grundgedanke des Videos ist, dass diese Dinge, die ich dir heute zeige, in der ersten Session gut zu wissen wären und das Ganze ist nicht einfach nur auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mit dem Uhrwerkverlag gesprochen, die über so etwas nachgedacht haben. Ich habe mit meiner Roll20 Community gesprochen, mit meinen Patreons und gemeinsam sind wir auf die Idee gekommen, was wohl allgemein in einer ersten Session wichtig sein könnte zu wissen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass euer Spielleiter sagt, das und das brauchst du auch noch, denn mein System verlangt, dass du das weißt. Aber es gibt dir zumindest einen ersten Überblick, was so allgemein in Roll20 wichtig sein könnte. Und damit legen wir jetzt einmal an dieser Stelle los. Wir starten erst einmal das Spiel. Genau wie aus deiner Perspektive das Spiel losgehen würde, gehst du einfach auf Spiel starten, der kurze Ladebildschirm kommt. Wenn der Spielleiter ein Game Master mit Plus oder Pro Membership ist, dann wird dieser Bildschirm deutlich kürzer laden. Wenn ihr ein Free Member seid bzw. euer Spielleiter, dann dauert das einen kleinen Moment und es wird möglicherweise Werbung eingeblendet. Ihr seht als erstes, poppt hier auf, welche Kamera und welches Mikrofon ihr verwenden wollt. Fragt euren Spielleiter am Anfang, ob ihr über Roll20 Bild- und Tonübertragung macht oder ob ihr zum Beispiel so etwas wie Discord dafür verwenden wollt. Wenn ihr das also nicht verwenden wollt, könnt ihr hier einmal auf Nicht erlauben gehen. Und damit es sich das für die Zukunft merkt, geht ihr hier auf das Zahnrad, scrollt einmal ein bisschen runter und dann findet ihr hier unten etwas zur Bild- und Tonübertragung. Hier wird euer Spielleiter also einstellen, was überhaupt übertragen werden soll und ihr könnt die verschiedenen Geräte hier unten regulieren. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr irgendetwas übertragen wollt, dann könnt ihr auch hier unten einfach auf Nichts deaktivieren gehen und dann sind Bild- und Tonübertragung nicht weiter möglich. Das gleiche gilt natürlich auch an den Empfang und wenn ihr hier beides ausschaltet, dann passiert da auch nichts mehr unabhängig davon, was der Spielleiter sich überlegt. Außerdem, wenn wir uns gerade schon hier befinden, kann man hier einmal sehen, wie man einen Chat-Avatar verwendet. Das ist dieses Ding hier unten und den könnt ihr in verschiedenen Größen anzeigen und zwar in groß, in regulär, in klein oder ihr könnt ihn ganz ausblenden und dann sieht man nur den Namen. Das müsst ihr mit eurem Spielleiter am Anfang einmal klären, ob ihr überhaupt Avatare habt und die angezeigt werden sollen. Wenn eure Charactersheets nämlich also Bilder haben, dann könnt ihr die dort einblenden lassen. Deswegen lassen wir das hier auch erstmal auf regulär, damit wir das nachher sehen können. Und ihr könnt hier unten auch einstellen, soll dieser Avatar eigentlich oben oder unten sein. Standardmäßig wird er bei nahezu allen Leuten unten sein. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter nach oben, sehen wir noch ein paar Einstellungssachen und zwar einmal der Lautstärkeregler. Das ist also die Lautstärke, wenn zum Beispiel durch euren Spielleiter Musik eingeblendet wird oder aber ihr die Stimmen von anderen hört, dann wird das hierüber geregelt. Hier wäre es jetzt auf voller Lautstärke, wenn ihr sagtet, die Musik ist mir einfach ein bisschen zu laut und ich möchte sie leiser haben und ihr telefoniert zum Beispiel über Discord. Das heißt, das hat auch gar nichts mit den Stimmen der Spieler oder des Spielleiters zu tun. Dann könnt ihr hierüber dafür sorgen, dass alles ein bisschen leiser wird, aber ihr die Stimmen immer noch gleich laut versteht. Wichtig ist an der Stelle, es gibt die aktiven Chat-Töne. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Würfelwurf gemacht wird, dann hört man so ein Plopp-Geräusch und ihr habt die Möglichkeit, die Würfelaktionen auch erweitert darzustellen, zum Beispiel indem ihr aktivierte 3D-Würfel ermöglicht. Wenn wir jetzt also zum Beispiel einmal werfen, dann hört ihr jetzt ein Plopp-Geräusch, wenn ihr gerade nicht den Chat offen habt. Ihr seht den Wurf, aber mehr ist jetzt hier nicht passiert. Wenn wir genau das gleiche nochmal machen und wir haben die 3D-Würfel aktiviert und wir machen das auch einmal mit automatisch, wir nehmen den gleichen Wurf, Slash-R, 1D20, dann seht ihr diesen Würfel hier rausrollen. Der ist übrigens immer in der Farbe, die ihr hier unten angegeben habt. Wenn ihr auf diese Farbe klickt, könnt ihr sie auswählen und dann haben eure Würfel beim nächsten Mal eine andere Farbe. Außerdem noch ganz interessant, ihr könnt hier oben euren Anzeigenamen verändern. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn euer Spieler einen anderen Namen hat als ihr selber und ihr wollt aber immer noch erkannt werden. Ich kann euch immer als Tipp geben, schreibt vorne den Namen hin, wie ihr angesprochen werden wollt in-game und schreibt dahinter euren echten Namen, damit die Leute euch möglicherweise auseinanderhalten können, wenn ihr keine Video-Übertragung habt. Wenn wir das Ganze jetzt also als Namen speichern, seht ihr, steht jetzt hier unten der veränderte Name und dahinter, genauso wie ich es hier oben angegeben habe, mein normaler Name. Und dann kann man das Ganze natürlich auch noch mit einem passenden Icon versehen. Die nächste wichtige Frage ist, wo finde ich eigentlich Handouts und Charaktere? Wenn ihr hier drauf geht, auf das Notizbuch, einmal drauf klickt, dann ist hier eine Liste aller Handouts und Charaktere. Wenn für eure Spieler keine Handouts und Charaktere angelegt sind, dann ist die Liste einfach leer, so wie ihr sie jetzt seht. Deswegen werde ich jetzt in dem anderen Spiel mal einmal kurz ein Handout und einen Charakter für euch anlegen. So, ihr seht, wir haben jetzt also einen Charakter und wir haben ein Handout. Diesen wurden Rechte gegeben und zwar kann ich die als Spieler nicht nur sehen, sondern ich kann damit auch etwas tun. Das kann man daran erkennen, wenn ich jetzt hier auf den Charakter klicke, dann sehe ich hier die Möglichkeit, ein Charaktere-Sheet anzuwählen und die Attribute und Abilities anzuwählen. Normalerweise würde ich sonst nämlich hier nur das Bild sehen und eine Beschreibung, wenn eine geschrieben worden ist. Hier habe ich jetzt also Zugriff auf einen Charakter-Sheet und es ist völlig egal, in welchem System ihr euch befindet, der ist immer an der gleichen Stelle und die Attributes und Abilities auch. Hier ist einfach nur exemplarisch jetzt einmal ein D&D-Charakter genommen worden, damit ich euch das überhaupt zeigen kann. Diesen Spieler, den könnt ihr jetzt einfach aufs Spielfeld ziehen, wenn ihr wollt und selbst positionieren. Dafür braucht ihr also euren Spielleiter nicht an der Stelle. Und ihr könnt ihn auch einfach, wenn ihr ihn angeklickt habt und auf Entfernen klickt, wieder entfernen. Das solltet ihr allerdings nur machen, wenn ihr auch dazu beauftragt worden seid. Und es gibt Handouts. Dieses Handout jetzt hier zum Beispiel ist der geheimnisvolle Dominostein in Bens Tasche. Und dann haben wir also eine bildliche Darstellung, die kann man auch vergrößern, indem man draufklickt. Das geht dann immer in die Originalgröße und wir haben möglicherweise einen Text. Und darüber habt ihr jetzt hier Zugriffsrechte und ihr könnt sie sehen. Jetzt, wo wir auch einen Charakter haben, könnt ihr auch zum Beispiel sagen, wenn ihr im Chat seid, geht ihr hier unten auf Bin Ben Stiller. Das ist der Charakter, der angezeigt wird. Und jetzt achtet mal unten links auf den Avatar. Der hat sich jetzt verändert, denn ab jetzt bin ich als Ben Stiller unterwegs und als dieser schreibe ich auch. Das heißt, der Name Ben Stiller wird hier oben angezeigt. Wenn wir das jetzt also einmal machen, dann seht ihr einmal das Icon von Ben Stiller, von dem Charakter und den Text, sowie den Namen daneben, gehe ich wieder zurück auf meinen Spieler, dann sehe ich wieder meinen Standard-Avatar. Würfeln muss nicht immer so kompliziert sein, wie ihr es gerade mit den Befehlen gesehen habt. Ihr könnt auch einfach das Würfeltool hier verwenden, wenn ihr da drüber geht mit einem Mouse-Over-Effekt, dann taucht das hier auf. Und ihr seht folgende Dinge. Wir haben hier die verschiedenen Würfelgrößen und damit ist immer gemeint, dass einmal darauf geworfen wird, auf diesen Würfel. Wenn ihr 2D4 auslösen wollt, dann geht ihr auf die 2, auf 3D4, 4D4 und so weiter. Dann gibt es hier natürlich noch die Möglichkeiten, den Wurf als GM-Wurf zu machen. Das heißt, nur der Du und der Spielleiter können diesen Wurf sehen. Alle anderen sehen ihn nicht und sie hören auch das Chat-Geräusch nicht, außer der Spielleiter hat seine Boxen zu laut eingestellt. Dann könnt ihr das auch noch als invertierten Wurf machen. Das heißt, ihr seht nur das Ergebnis. Das sieht dann nicht so aus wie das hier, sondern das sieht dann zum Beispiel so aus. Wir kriegen hier nur das reine Ergebnis, aber wenn man drüber geht, sieht man noch, was geworfen worden ist. Dann haben wir die Möglichkeit, hier entsprechend je nach System die Sachen auch noch anzupassen. Also wenn diese Würfel zum Beispiel explodieren in irgendeiner Form, je nachdem in welchem System ihr seid. Und alles das bietet dieses Tool hier euch. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, über die erweiterte Funktion auch das Ganze nochmal in einem kleinen Menü abzurufen. Und hier zum Beispiel auch Modifikatoren einzugeben, wenn ihr sagt, es wird nicht nur ein D20 geworfen, sondern ein D20 plus 5. Und ihr rollt da drauf, dann seht ihr, der Würfel wird hier reingeworfen. Wir kriegen den gleichen Bildschirm wie vorher auch. Wir kriegen das plus 5 angezeigt. Also alles das ist mit diesem Würfeltool relativ einfach möglich per Klick. Wenn euer Spielleiter Markus für euch geschrieben hat, er also möchte, dass ihr möglichst schnell Würfelbefehle zum Beispiel ausführen könnt. Wie das, was wir gerade gesehen haben, aber mit einer One-Click-Lösung, weil ihr ja jedes Mal den D20 plus 5 werft. Dann geht ihr hier auf dieses Ding, die Sammlung. Und dann seht ihr hier zum Beispiel eure Makros. Ihr seht jetzt, hier ist ein Makro hinterlegt. Das ist eins, das der Spielleiter geschrieben hat und für euch sichtbar gemacht hat. Wenn ihr dieses Makro verwenden wollt, könnt ihr das entweder hier über die Makro-Toolbar. Ihr klickt einfach einmal auf den Würfel. Dann wird das ausgelöst und ihr seht auch im Chat, was passiert ist. Hier unten, die 3 ist geworfen worden. Wie auch hier abgebildet, plus 5, fertig. Das Ganze könnt ihr aber nicht nur hier auslösen. Ihr könnt sagen, ich gehe hier auf Makro-Schnellzugriff-Anzeige. Die wird jetzt gleich hier unten unter den Charakterbildern angezeigt. Ich klicke mal einmal drauf und ihr seht, das ist nach oben gepoppt. Jetzt sehen wir aber noch nichts. Und wenn wir jetzt hier auf in Schnellzugriff klicken, dann seht ihr, ist hier unten dazu gekommen, dieser D20 plus 5-Wurf, so wie das Makro heißt. Und wenn wir jetzt einfach nur da draufklicken, dann wird der Wurf aufgelöst. Und das wird ja immer wieder, egal wie oft ich auch auf dieses Makro draufklicke. Und ihr kriegt immer neue Würfelergebnisse, könnt so unheimlich schnell würfeln, wenn ihr wollt. Aber auch viele andere Dinge. Das wird euer Spielleiter euch allerdings dann erklären. Jetzt gerade seht ihr den Bildschirm in 100%. Hier oben kann man das dran erkennen. Ihr könnt relativ einfach mit der Karte rein und raus zoomen. Dann wird das Grid breiter und die Karte wird größer. Machen wir das also einmal. Klicken wir mal drauf. Ihr seht, der Würfel verändert sich in der Größe nicht. Aber diese Kästchen werden immer größer. Dann sind wir jetzt zum Beispiel bei einer Ansicht von 200%. Wenn ihr also in eine Karte rein zoomen wollt, um euch etwas genauer anzugucken, könnt ihr das so machen. Oder aber ihr benutzt diesen Schieberegler und kriegt so die Karte größer und kleiner dargestellt. Hier müsst ihr nur darauf achten, dass es manchmal so ist, dass es hier unten so kleine Fehler gibt. Bei Roll20, wenn ihr da hin und her zoomen, je nachdem welchen Browser ihr benutzt, dann eventuell einmal ein bisschen hier rüber schieben, bis ihr die Karte optimal für euch angeordnet habt. Und ihr seht, auch hier rüber sind jetzt auch ungerade Zahlen möglich, die dann einmal in der gleichen Weise springen. Wollt ihr das Ganze wieder einmal auf 100% bringen, dann macht ihr einfach einen Doppelklick auf diesen kleinen Balken hier. Und seid wieder bei 100%. Und als letztes kommen wir nochmal zu den Token. Wir ziehen unseren Token einmal auf das Spielfeld. Und den können wir jetzt bewegen. Und zwar, indem wir ihn einfach per Drag & Drop mit der Maus irgendwo hin platzieren. Oder, wenn er angeklickt ist, könnt ihr auch die Pfeiltasten auf eurer Tastatur verwenden. Und dann wird er auch entsprechend immer des Grids verschoben. Wenn ihr das Grid überwinden wollt, könnt ihr das auch machen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte ihn genau hier hinsetzen, dann würde er nämlich automatisch nach rechts oder nach links fallen. Wenn ihr sagt, ich möchte ihn genau hier hin haben, dann drückt ihr einfach, wenn ihr ihn da hingezogen habt, die Alt-Taste, haltet diese gedrückt und lasst ihn dann fallen. Und dann wird er trotz der Grid-Anordnung an dieser Stelle platziert werden. Alle Würfelsachen werden auf zwei Weisen ausgelöst. Die einfachste ist im Prinzip der einfache Würfelbefehl mit R oder Roll. Und dann kannst du sagen, welchen Würfel du werfen möchtest. Bedenke bitte, dass Roll20 englischsprachig ist. Das heißt, du gibst nicht ein W ein, sondern ein D für ein Dice. Sagen wir jetzt also mal, wir möchten 10 10-seitige Würfel werfen. Dann geben wir ein, 10 D 10. Wenn wir das jetzt machen, dann seht ihr jetzt jede Menge Würfel auf das Spielfeld drauf liegen. Und die kriegen wir hier auch nochmal abgebildet. Was du jetzt auch siehst, ist, dass ein Würfel, der üblicherweise als möglichst niedrige Zahl ein Critical Fail ist, also rot hervorgehoben wird. Und ein Critical Success als 10 im Grün hervorgehoben wird. Das zeigt der Chat dir automatisch an. Wenn du daran etwas verändern möchtest, dann kann man das theoretisch auch mit Chatbefehlen machen. Dann solltest du dir mal meine Makrovideos anschauen. Aber das ist schon ein bisschen komplizierter. Sonst kannst du aber auch vielleicht deinen Spielleiter fragen, wie so etwas funktioniert. Du siehst jetzt, hier ist ein Gesamtergebnis genommen worden. Aber diese Würfelbefehle siehst du jetzt erstmal so. Wenn es einen Grund gibt, warum du das Ganze anordnen möchtest, zum Beispiel, weil Würfel immer in 10er Zahlen zusammen einen Erfolg ergeben oder sowas, dann kannst du die auch einfach verschieben. Und dann kannst du sagen, okay, ich möchte gerne, dass der Würfel jetzt da landet. Und jetzt ist das neu angeordnet. Jetzt ist die 8 hier, die 1 von unten nach oben gewandert und so weiter. So kannst du sie zum Beispiel ordnen. Du kannst diese Würfel übrigens auch, wenn dir das leichter fällt, als das da unten im Chat zu machen, weil es sich hierbei um Zufallstabellen handelt, einfach ins Spielfeld reinziehen, fallen lassen. Und dann siehst du jetzt hier deinen Würfel mit deinem Ergebnis. Und dann könntest du jetzt einzeln diese Würfel rausziehen und würdest sie hier sehen. Allerdings bleiben immer Kopien hier unten. Wenn du jetzt geheim würfeln möchtest, dann machst du folgendes. Du gibst hier unten im Chat, wir klicken einmal rein, ein Slash GM Roll und wir nehmen wieder die 10D10. Ich habe mal ein bisschen den Chat für euch aufgeräumt, damit man es besser sieht. Gehe ich jetzt auf Send, dann siehst du, geworfen wird, aber die Farbe hat sich ein bisschen verändert von dem Wurf. Erst einmal kommen die Würfel und du siehst, das Ganze ist in Gelb hinterlegt. Geben wir nämlich einfach nur Slash Roll 10D10 ein. Dann siehst du, das Ganze ist in Blau hinterlegt. Blaue Hinterlegung heißt immer, es ist für alle sichtbar. Gelbe Hinterlegung heißt, es ist ein GM-Wurf. Man kann es auch hier oben dran erkennen. Das heißt, nur du und der Spielleiter können das sehen. Der Spielleiter kann dir also auch einen geheimen Wurf zuwerfen, wenn er das macht, auf die Art und Weise. Was du sonst noch machen kannst, ist etwas einfach in den Chat reinzuschreiben. Hallo. Dann sieht man auch, es ist blau. Es ist also für alle sichtbar. Du kannst aber auch sagen, ich nehme den Whisper-Befehl, Slash W, und dann könntest du jetzt einen Spielernamen eingeben. Sagen wir also zum Beispiel, wir geben jetzt hier mal einmal den Buchstaben M an. Dann sehen wir einmal GM, weil das da drin steckt, und Misty, also die Spielleiterin. Wir geben jetzt hier GM an und haben das automatisch da drin, beziehungsweise wenn wir jetzt hier an der Stelle mit dem M unsere Misty haben wollen. Und jetzt können wir einen Befehl an Misty geben, den nur sie lesen kann. Und das wäre jetzt Hallo. Ihr seht jetzt wieder, dieser Befehl ist to Misty gegangen. Und da steht Hallo. Und ihr seht, es ist gelb hinterlegt. Das heißt, nur Misty kann jetzt gerade sehen, was da eingeblendet worden ist. Das heißt, ihr könnt also sowohl Würfel-Würfel geheim machen, als auch alle anderen Chat-Befehle. Und das geht mit so ziemlich allem, was man jetzt hier einfügen möchte. Aber wie gesagt, da sind wir im Makro-Bereich. Das ist ein bisschen komplizierter. Dazu habe ich eine eigene Reihe, die blende ich euch auch mal ein. Und da könnt ihr euch ein bisschen schlauer machen, wenn ihr eigene Makros schreiben wollt. Beziehungsweise Makros sind eigentlich nichts anderes als ein vorgefertigter Text, den man so in den Chat packen könnte. Und der wird einfach für euch gespeichert im Makro. Und wenn ihr das Makro auslöst, dann wird der unsichtbar in den Chat gepackt, ausgelöst. Und genau das Ergebnis seht ihr dann im Chat-Verlauf. Jetzt verlassen wir einmal den Chat-Bereich ein bisschen und ich zeige euch das nächste praktische Tool, und zwar das Zeichen-Tool. Mit dem Zeichen-Tool könnt ihr Form zeichnen. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt hier lest, die Alt-Taste gedrückt halten, auch Kreise damit zeichnen. Oder wenn ihr die Umschalt-Taste gedrückt haltet, dann könnt ihr am Raster etwas ausrichten. Wir machen jetzt erst einfach mal eine ganz normale Form. Die Farbe wird standardmäßig von der Farbe hier unten ausgelöst. Ihr könnt sie aber auch hier oben einfach verändern, um in einer anderen Farbe zu malen. Wir lassen es uns aber mal bei dem Grün. Wenn wir jetzt also von hier bis hier einfach mit der Maus diese Zeichnung hinlegen, dann fällt die hier hin. Wenn ihr jetzt aber eine Zeichnung machen wollt, die dem Grid entspricht, also ihr wollt schnell zum Beispiel Häuser entsprechend des Grids machen, dann stand da ja, wir müssen die Umschalt-Taste drücken. Das heißt, ich drücke jetzt die Umschalt-Taste und ich ziehe mit der Maus einfach mal irgendwo hin. Und ihr seht automatisch, egal wo ich die Maus hin positioniere, wird entsprechend des Grids jetzt dieser Kasten gezogen. Oder aber, wenn ich die Alt-Taste gedrückt halte und dann die Maus ziehe, dann kriege ich einen Kreis. Und der wird auch nicht automatisch dem Grid angepasst, sondern so wie ich ihn haben möchte. Kombiniere ich beides, dann kriege ich einen Kreis, der dem Grid angepasst worden ist. Das heißt, ich drücke jetzt gerade also Shift und Alt gleichzeitig, fange dann an die Maus zu ziehen und dann wird der immer dem Grid entsprechend vergrößert, verkleinert oder angepasst. Ihr seht außerdem hier oben, könnt ihr einstellen, ob die Linien dünn sind, klein, regelmäßig, groß oder extra groß. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einmal dünne Linien, dann sähe das Ganze so aus im Vergleich zum anderen Kasten. Oder wenn wir sagen, wir wollen extra große, dann sehen die so aus. Das sind im Prinzip die fünf Stufen, in denen ihr das anpassen könnt. Und das hier ist die Farbe, ob das Ding ausgefüllt sein soll oder nicht. So bedeutet es also transparent. Setzen wir das hier zum Beispiel jetzt einmal auf schwarz, dann kriegen wir das hier. Außerdem beim Zeichentool ist auch noch das Freihandzeichen vorhanden. Freihandzeichen bedeutet also, ich ziehe mit der Maus jetzt einfach eine Linie und kann wie in Windows Paint Bilder malen, wenn ich das ganz gerne möchte. Dieses Tool könnt ihr natürlich auch wieder benutzen in farbig und das Ganze kann irgendetwas einschließen. Also sagen wir mal, wir nehmen die schwarze Farbe jetzt mal, zeichnen jetzt hier was, dann wird automatisch mit schwarz ausgefüllt, so wie ich die Linien passend setze. Und das kann ich natürlich mit allen Farben machen und auch hier wieder die Strichgröße verändern. Außerdem haben wir die Möglichkeit, Polygonlinien zu ziehen. Polygonlinien bedeutet, ich klicke einmal, ich klicke noch einmal, ich klicke ein drittes Mal und ich kriege dann entsprechend immer eine Linie, die bis zu meinem Klickpunkt reicht. Wenn ich jetzt noch hier eine rüberziehe, dann ist dieses Ding jetzt wieder geschlossen und wenn ich das jetzt entsprechend wieder mit einer Einfärmung machen würde, klick, 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 ist es geschlossen. Wenn man drüber geht, dann sieht man außerdem, drücke Shift, um am Raster auszurichten, das heißt auch das geht wieder. Wenn ich jetzt also die Shift-Taste gedrückt halte, hier hinklicke und hier hinklicke, dann wird das immer entsprechend der Kästchen, also ich gehe jetzt hier mal bewusst hier hin, entsprechend des nächstliegenden Kästchenecks angesetzt und ihr könnt so über Ecken ziehen. Und ihr könnt mit STRG Z alles wieder löschen, beziehungsweise den letzten Punkt löschen, um eure Polygonlinie neu zu richten. All diese Sachen übrigens, wenn ihr die wieder entfernen wollt, könnt ihr die einfach auswählen, anklicken und löschen. Ihr könnt auch alles gleichzeitig packen, wir machen jetzt einmal alles weg, was hier auf dem Bildschirm ist, alles gepackt und weg. Jetzt sind allerdings auch die Charaktere und so etwas weg. Das Letzte, was man auch noch machen kann, ist das Text-Tool. Ihr habt hier die Möglichkeit, aus diesen fünf verschiedenen Schriftarten zu wählen. Ihr könnt beliebige Schriftgrößen eingeben und ihr könnt hier die Farbe der Schrift verändern, zum Beispiel das Roll20 Pink. Und könntet jetzt hier schreiben Roll20. Wenn ihr dann jetzt also Enter drückt, dann würdet ihr in eine tiefere Ebene gehen. Deswegen sehen wir jetzt gerade nichts mehr. Aber wenn ich jetzt einfach irgendwo hinklicke, dann wird das Roll20 hingepackt und die Zeile darunter, die leere, ist jetzt hier nicht zu sehen. Klicke ich das Ganze an, sehe ich aber, dass eine zusätzliche Zeile hier gewesen ist. Wie man also das Ganze auslöst, relativ simpel. Wir schreiben nochmal was. Hallo, Ausrufezeichen. Wir klicken jetzt einfach nur daneben. Dann geht zwar theoretisch ein neues Textteil los, aber hier ist jetzt also unser Wort hingepasst. Und dieses Wort, das wird wieder den Grid angepasst. Das heißt, wenn ich es jetzt also hier drauf fallen lasse, wird es irgendwo hingeschossen. Immer entsprechend dahin, wo ich es ungefähr als nächstes zu einem Rand hin setzen kann. Und auch diese Sachen könnt ihr problemlos einfach wieder durch Entfernen drücken, anklicken und Entfernen drücken, wegmachen. Wir gehen noch einmal auf unser Notizbuch und gehen jetzt hier auf unsere Charaktere und Handouts. Die Charaktere, wenn wir ihn jetzt einfach anklicken in den Namen rein, kriegen wir ihn ja angezeigt und den können wir editieren. Wenn wir darauf also gehen, könnten wir jetzt hier den Namen verändern. Und wir können hier unten die Bio und Info verändern. Stumpfes Konzept für einen Charakter. Dann tragen wir genau das ein, gehen auf Save Changes und dann wird das verändert. Und wir sehen, jetzt steht hier stumpfes Konzept. Das ist also die Bio, die Info. Wir haben also hier die Unterscheidung, markieren wir es einmal, das Bild links und rechts der Text. Und wenn irgendwann ganz viel Text da ist, wird es hier unten unter dem Bild weitergeschrieben in ganzheitlicher Übersicht. Das ist also das, was wir jetzt hier gerade editiert haben. Der Spielleiter hat nochmal eine eigene Ansicht, wo er geheime Infos verbergen kann. Und das können wir bei Handouts auch machen. Auch die können wir editieren und können hier unten etwas reinschreiben. Also wir können die Description, die der Spielleiter gesetzt hat, hier unten auch verändern, wenn wir wollen. Oder erweitern, eigene Hinweise dazu eintragen, wenn wir zum Beispiel herausgefunden haben, was eigentlich mit diesem Stein los ist. Wir gehen einmal auf die Einstellung und wir aktivieren hier einmal die erweiterten Tastenkombinationen. Erweiterte Tastenkombinationen, wenn wir einmal hier auf das Info klicken und hier auf Continue gehen und auf eine weitere Seite verwiesen werden von Roll20 in dessen Datenbank, ist folgendes. Wir können jetzt all diese Tastenkombinationstools hier verwenden, um schnell zwischen den Funktionen von Roll20 hin und her zu springen. Das bedeutet zum Beispiel, wir sind jetzt gerade hier auf dem Select Tool und wir möchten gerne dieses Tool hier verwenden, das ich euch gleich auch noch erklären werde. Ich drücke jetzt also einmal auf Q, dann lande ich sofort da. Ich möchte wieder auf das Select Tool, drücke auf S und bin wieder da. Wenn ich auf C klicke, dann lande ich automatisch auf dem Chat und kann sofort in den Chat reinschreiben. Das sind erweiterte Tastenkombinationen. Es ist sehr unterschiedlich, welche für welchen Spieler besonders sinnvoll und wertvoll sind. Das heißt, je nachdem welches System du auch spielst, guck dir einfach mal diese Tabelle an und überleg dir, welche davon passen zu mir und meinem Spielstil, um möglichst schnell durch Roll20 durchzukommen. Wenn es zum Beispiel für dich überhaupt nicht relevant ist, das Measuring Tool zu verwenden, um zu schauen, welche Distanz dein Charakter zum Beispiel pro Runde laufen kann, dann macht es eigentlich auch gar keinen Sinn, sich die Tastenkombinationen zu merken, die damit blödlich sind. Wenn ihr nie Zeichentools benutzt, dann bräuchte ihr euch die auch nicht zu merken. Aber relativ praktisch ist eigentlich immer das S für Select und das C für Chat, um zwischen diesen Sachen relativ schnell hin und her springen zu können, wenn ihr gerne mit Tastenkombinationen arbeiten wollt. So könnt ihr sie aktivieren. Dann gehen wir doch mal durch den Rest dessen, was ich dir noch nicht gezeigt habe. Das Zoom Tool ist relativ einfach. Es entspricht einfach 1 zu 1 dem, was ihr hier auf der rechten Seite seht. Wenn ihr jetzt also schnell auf die Art und Weise zoomen wollt, könnt ihr sagen, okay, ich möchte 250% ins Bild rein oder ich möchte da halt wieder raus. Wie gesagt, Doppelklick auf dieses Symbol, ihr seid wieder bei 100%. Oder ihr regelt es halt hier rüber. Dann gibt es hier das Measuring Tool und das Measuring Tool ist dafür da, um Distanzen zu messen. Gehen wir jetzt einfach mal auf die erste Variante, in der Mitte abknickend. Das bedeutet also, ich klicke jetzt einfach mal hier hin und ich ziehe meinen Pfeil und kann dann sehen, wenn das Spiel eingestellt ist auf Feed, man kann das Spiel in den Spieleinstellungen außerhalb des Spiels auf Meter einstellen, aber das muss der Spielleiter vornehmen, dann würde das Ganze hier in Meter berechnet werden. Könnt ihr jetzt sehen, so weit bin ich an der Stelle gekommen. Und wenn ihr den Pfeil jetzt einfach wieder fallen lasst, dann wird es ausgeblendet. Es gibt auch die Möglichkeit, dass das Ganze in der Ecke abknickt. Ziehen wir sowas also. Also einmal seht ihr, wir sind jetzt genau auf den Grid-Linien und ihr habt auch gerade gesehen, da stand ja was von im Grid abknicken. Wenn wir jetzt also die Taste Q drücken, dann seht ihr, ist da so ein kleiner Punkt dazu gekommen. Und wenn ich jetzt neu nach unten ziehe zum Beispiel, dann kann ich in die Richtung weitermessen und dann sehe ich, oben bin ich 50 Feet gelaufen, jetzt bin ich nochmal zusätzlich auf 25 Feet gelaufen. Wenn ich jetzt wieder Q drücke, dann könnte ich sagen, okay, ich hänge nochmal was dran, 20 Feet in die Richtung, also auch noch insgesamt habe ich mich also 100 Feet bewegt. Das Ganze funktioniert natürlich mit diesem ersten Ding hier auch, nur halt aus dem Zentrum der Grids heraus. Wenn ich jetzt hier Q drücke, passiert genau das Gleiche. Und wenn ich dann wieder fallen lasse, ist es weg. Und es gibt noch die Möglichkeit, kein Abknicken, das wäre dann einfach nur das Ziehen völlig frei. Ihr seht, da wo ich geklickt habe, wir sind jetzt nicht in der Mitte und wir sind auch nicht entlang des Grids unterwegs, sondern irgendwo, dann können wir von da aus genaue Feet-Zahlen messen. Dann seht ihr auch die Komma-Werte mit dahinter und nicht immer in den üblichen Schritten. Das wird also genau da gesetzt, wo ich klicke. Was ihr dann noch seht, ist, wir haben die Möglichkeit sichtbar für alle und nicht sichtbar für alle. Das ist dann relevant, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte gerne diesen Spielercharakter setzen. Ich gehe also auf das Select-Tool und der soll sich jetzt bewegen. An der Stelle auch nochmal ein Trick, so könnt ihr ohne das Measuring-Tool verwenden zu müssen, ganz schnell damit arbeiten. Ihr zieht einen Charakter von hier bis hier und ihr seid euch nicht sicher, wie viele Feet das sind. Bevor ihr die Maustaste jetzt also fallen lasst, drückt ihr auf Q und dann seht ihr automatisch, wie viele Feet das eigentlich sind. Und ihr könntet jetzt auch sagen, okay, ich drücke nochmal auf Q, der Punkt erscheint wieder. Ich ziehe den Spieler nochmal nach unten. Ich drücke nochmal Q, ich ziehe ihn noch ein bisschen nach rechts. Und wenn ich ihn jetzt fallen lasse, dann wird er hier rübergezogen. Für alle anderen Spieler sieht es allerdings so aus, dass er diese Verlaufslinie dann abläuft. Das heißt, man kann an der Stelle so etwas wie den patrouillierten Weg abbinden. Und wenn ihr den nicht eingezeigt bekommen wollt, dann könnt ihr das hier ausschalten, wenn eure anderen Spieler das nicht sehen sollen. Sonst würden sie nämlich sehen, dass die Bewegung da drin ist. Das Tool habe ich euch schon gezeigt. Und außerdem gibt es hier unten noch die Hilfeoption, wenn ihr zum Beispiel die Liste der Tastenkürzel hier rüber abrufen wollt, wenn ihr Hilfe und Anleitung braucht über Dinge, die ich euch noch nicht erklärt habe. Oder aber auch eine Möglichkeit, Fehler zu melden, wenn bei Roll20 irgendwas nicht richtig funktioniert. Da solltet ihr allerdings mit eurem Spielleiter möglicherweise einmal darüber sprechen, ob das ein normaler Fehler ist oder nicht. Beziehungsweise euer Spielleiter wird euch vielleicht darauf hinweisen, Fehler darüber zu melden, damit möglichst schnell, was beim Support ankommt und daran gearbeitet werden kann bei Roll20. Jetzt ist unser Stumpfi hier unten so ein bisschen einsam. Wir ziehen mal wieder in die Mitte. Und ich zeige euch jetzt einen Trick, wie ihr, statt hier rauf zu klicken, ihr könnt natürlich das Notizbuch auch ansteuern, genau wie den Chat über eine erweiterte Tastenkombination. Aber wenn ihr sagt, ihr macht das ohne, ihr müsstet jetzt also hier rauf gehen, jetzt müssen wir auf den Stumpfi gehen, jetzt haben wir hier erstmal den Charakter offen, jetzt haben wir aber nur die Bio und Info und wir wollen auf den Charaktersheet. Es sind einige Schritte, um da hinzukommen. Ganz, ganz schnell kommt ihr dahin, wenn ihr einen Token auf dem Spielfeld habt, indem ihr die Alt-Taste gedrückt haltet und jetzt einen Doppelklick auf diesen Token, auf den ihr Zugriffsrechte habt, macht. Machen wir das, landen wir nämlich automatisch im Charaktersheet und dann können wir direkt darin arbeiten, ganz ohne hier oben irgendwas einstellen zu müssen. Das wird euer Spiel auf jeden Fall beschleunigen. Außerdem, wenn ihr so einen Charaktersheet erstmal offen habt und ihr sagt, ich will den jetzt nicht jedes Mal neu aufmachen, weil möglicherweise die Ladezeiten gerade irgendwie nicht ideal sind, weil die World 20 Server langsam sind oder sonst was, dann könnt ihr hier oben einfach einen Doppelklick reinmachen. Mache ich das, seht ihr, es wird teiltransparent, man kann also sehen, was im Hintergrund ist und man kann das Ganze auch wegxen, wenn man möchte oder größer ziehen. Wenn wir wieder einen Doppelklick darauf machen, dann wird der Charaktersheet wieder an der Stelle, wo er vorher war, in Originalgröße angezeigt. Allerdings werden diese Dinger nicht gespeichert. Wenn ihr also das Spiel verlasst und wieder reingeht, dann sind alle Charaktersheets und Handouts, die ihr auf die Art und Weise größer oder kleiner macht, danach wieder zu. Aber, wie gerade schon gesagt, es funktioniert auch mit Handouts und so könnt ihr zum Beispiel sagen, die wichtigsten Handouts, die vielleicht hier für mich nicht optimal angeleitend sind, die schiebe ich mir hier rüber, habe sie dann hier alle in der Reihenfolge, wie es für mich intuitiv am schlauesten ist und kann sie dann einfach per Doppelklick öffnen und sehe sie dann wieder. Und das Gleiche könnt ihr natürlich mit Charakteren, auf die ihr Zugriffsrechte habt machen. An der Stelle habe ich euch, denke ich mal, so ziemlich alles, was am Anfang wichtig ist, gezeigt. Verlasst euch nicht darauf, dass diese Videos ganzheitlich alles abbilden, denn sie sind dafür gemacht, dass sie möglichst viele Systeme abgreifen. Wenn euch noch mehr Sachen interessieren zu Roll20, dann schaut doch gerne meine anderen Videos, die ihr in verschiedenen Playlists bei mir auf dem Kanal findet und abonniert diesen doch einfach, damit ihr auch in Zukunft keine Videos verpassen werdet. Fragt euren Spielleiter vor euren Sessions immer, was ihr noch wissen müsst, was über diese Videos hinausgeht, beziehungsweise was für euer System möglicherweise besonders wichtig ist. Denn alles, was ihr vor einem Spiel schon klären könntet und alles, was ihr da schon gelernt habt, das wird euch im Spiel nicht mehr aufhalten und dafür sorgen, dass eure Immersion nicht durch einfache Fragen gebrochen wird, wie Wo finde ich denn jetzt zum Beispiel gerade dieses Handout oder wo finde ich meinen Charakter? Wie kriege ich den auf? Wie löse ich dieses Makro aus? Wie kann ich irgendjemanden anflüstern? Alle diese Fragen könnt ihr jetzt beantworten, wenn ihr ordentlich aufgepasst habt. Wenn nicht, dann schaut doch dieses Video vielleicht einfach noch ein zweites Mal oder beziehungsweise die anderen Videos, damit ihr nach und nach euch all die Dinge aneignen könnt. Und wenn ihr das erstmal alles drauf habt, dann seid ihr schon wirklich erfahrene Roll20 Spieler und dann könnt ihr euch wirklich auf euer Spiel konzentrieren und keiner wird mir denken, hey, der Typ macht das gerade das erste Mal oder der weiß noch überhaupt nicht, wie das hier geht. Oder andere haben auch keine Angst davor, mit euch zu spielen, weil sie denken, hey, mit dem wird das auf jeden Fall funktionieren. Hier steht das Spiel im Vordergrund und nicht das VTT zu lernen. An der Stelle wünsche ich euch jetzt noch ein großartiges Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.